hallo liebe leute ich danke euch total für eure grüße zu meinem geburtstag ich bin tief bewegt von allen den verschiedenen ständchen die mir gebracht habt und überhaupt dass ihr so viel an mich gedacht habe finde ich super geil weil meine party ja leider ausgefallen ist aufgrund von covid 19 aber wir holen das nach und alle die die noch lust haben mir was zu schenken zum geburtstag die bitte ich geht doch bitte auf empowering people empoweringpeople.biz oder schickt eine e mail an info at braintree-acaddy.com dann kriegt ihr einen zugang zur datenbank weil wir machen jeden abend um 7 uhr gemeinsam musik mit leuten aus marokko aus cuxhaven aus berlin aus ulm aus chemnitz überall alle sind dabei und wir spielen unsere songs unsere hits zusammen und wir wollen das auf der ganzen welt ausbreiten indem wir einmal abends um sieben gemeinsam musik machen also bitte ja nehmt euch dabei auf wenn ihr mit mir zusammen tnt oder von mir aus sweet about me oder seven nation army oder i keep on singing singt wir sind immer online auf facebook jeden abend um sieben uhr und jeden tag kommt ein stück dazu dass wir zusammen spielen hier im hintergrund seht ihr ein paar von den leuten die schon videos geschickt haben also das ist mein geburtstags wunsch an euch bitte kommt und schickt mir wenn ihr mit mir zusammen musik macht ein video davon ich danke euch und die die party wird auf jeden fall nachgeholt tschüss bleibt gesund leute